Hallihallo Hallöchen wir spielen LS 17 auf der Playstation 4 und zwar sind wir in Snovka und heute gibt es da wieder eine Vorstellung kein Mod diesmal diesmal der DLC von Kuhn und ich habe da mal alles gekauft was dazu gehört und habe das hier einfach beim Händler hingestellt hinstellen lassen da haben wir ganz ganz cooles Zeug eigentlich es kostet zwar es kostet zwar ein bisschen aber dafür kriegen wir einen Haufen Geboten meiner Meinung nach und zwar wieder ein Dünge Streuer da haben wir Pflug und Grober und draußen steht da noch mehr wir haben da Sämaschinen wir haben Dünge Spritzen wir haben Zitter wir haben Schwader wir haben Ballentechnik also wir haben eigentlich alles dabei und was da mit was zusammen gehört das müssen wir eigentlich noch rausbekommen das weiß ich eigentlich auch nicht alles ganz genau ich habe da noch zwei Traktoren gekauft in Black Black Edition okay und ich glaube ich habe irgendwo Stroh und ich habe vergessen Gewichte zu kaufen wir kaufen noch zwei drei Gewichte das vergesse ich jedes mal und testen das ganze dann auf dem feld natürlich sowas nehmen wir natürlich das gewicht und ich glaube für den Maasai Vergeson nehmen wir das da okay wir nehmen alles in Black und ich glaube wir gehen einfach mal aufs Feld so wir haben da noch ein Mod drin Boden Beschaffenheit das andere Gewicht liegt noch drin da fliegt der Dreck sogar auf dem Beton hier nein wir wollen da schauen damit wir da alles mal testen können und ich bin eigentlich gespannt ich würde da gerne den Schwader da mal testen das würde mich eigentlich ganz doll interessieren wie sieht das Teil aus wenn das ausgeklappt ist okay wir werden sehen wir werden auf dem feld das grad testen natürlich mit dem richtigen Traktor 400 ps Massey Ferguson Black Edition ich weiß gar nicht irgendwas mit Black heißt er so wir sind da wie gesagt denn zu Snuffka wir haben da ein zwei Felder wir haben hier ein zwei Mods habe ich hier schon mal vorgestellt und jetzt halt den DLC von Kuhn und ich schaue mal wir haben da zwar jetzt bloß ein bisschen Stroh zu liegen aber auch damit sollte das ja gehen wir wollen ja wo habe ich dann Stroh da hinten haben wir Stroh und hier haben wir ein schönes Feld eigentlich wo wir war irgendwie was mit ein grober oder so machen können so jetzt haben wir natürlich die bahn viel zu weit auseinander wir machen noch den helfer an band schwader anschalten kann ich den noch irgendwie aha in der mitte kann ich den auch noch okay wir schauen mal ich denke mal das ding was macht er denn der haut ist jetzt eigentlich alles darüber okay jetzt ist er natürlich nicht breit genug der wurde das kann ich das sagen in welcher richtung der das eigentlich macht ja der macht eigentlich alles auf eine seite quasi ich könnte jetzt kann ich die seite eigentlich wechseln aha ich muss natürlich drin sitzen abschalten wäre jetzt natürlich cool wenn ich den auch auf die andere seite machen könnte ich zeig euch das mal was ich eigentlich machen will könnte theoretisch auf jeden fall wahrscheinlich ein cooles ding ist jetzt hier für den Stroh ablage für den Stroh eigentlich nicht so geeignet wir müssten eigentlich gras machen wir müssten eigentlich gras mähen da wäre das natürlich viel viel besser das ist ja cool die bewegen sich da noch richtig so und ich habe gedacht wenn ich jetzt hier könnte ich das so überschieben könnte ich natürlich nachher alles auf eine seite schmeißen theoretisch theoretisch jetzt schmeiße ich es alles darüber ist natürlich schade ich muss es doch auf die andere seite muss ich sie aufschmeißen können theoretisch ich denke ich sollte das auf die andere seite auch schmeißen können aber es zeigt mir nichts an vielleicht wenn ich den in der mitte moment mal konnte ich doch vorhin den in der mitte hoch heben dann wird es wahrscheinlich nach links und nach rechts schmeißen oder wieso zeigt er mir das jetzt nicht mehr an mhm 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 schauen was der helfer macht wenn er jetzt jetzt sind das natürlich da nicht mehr mit dass das schon rüber geschmissen habe ja ein bisschen noch okay fährt er jetzt auf die andere spur oder bleibt er einfach stehen erscheint auf die andere spur zu fahren und wo schmeißt das denn hin jetzt schmeißt das eigentlich alles schön darüber okay denn holen wir mal den nächsten traktor und dann möchte ich ballen machen wenn der das da so schon lassen wir den da arbeiten kann ich von hinten eigentlich auch reinfahren da in die halle schauen wir jetzt mal ich gerade mein gewicht aufnehmen jetzt will ich doch da mal ein bisschen ballen pressen das wäre dann wahrscheinlich diese maschine in der mitte mit den anderen können wir wollen pressen und wickeln wir schauen uns das gerade mal im menü an und zwar steht denn da was dazu geschrieben eine ballenwickler verpackt grasballen in folie damit dies zu silage gern kann können also dann brauchen wir gras dass die was sie jetzt dran habt da kann ich ganz normal stroh gras oder heu pressen mit dieser ball maschine lose stroh gras in handliche ballen und ein ballenwickler verpackt gras ballen in folie damit diese zu silage gern können ok aber nur gras ok dann testen wir erst die hier mit den fans mit den fans gewicht vorne dran black beauty heißt er glaube ich so was so der helfer ist fertig dass nämlich die nächste spur nicht erkannt ich glaube ich brauche noch einen traktor so aber wir wollen ja wir können natürlich heute nicht alles testen wir werden den rest was übrig bleibt was wir nicht testen können werden wir natürlich noch weiter testen so die maschine ist eigentlich wahrscheinlich genauso wie unsere quadra ballen presse was wir schon kennen anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen so unsere doppel bereifung hat da ganz schön abrieb außen jetzt weiß ich auch warum ich diese verschmutzung mod eigentlich sonst ausgemacht habe so eigentlich geht er eigentlich nur auf muss denn noch hinten aufklappen ok jetzt muss ich gerade mal schauen hätte ich da noch was anhängen können nein das sieht nicht so aus da kommen die einfach raus ich starte mal ok mit 20 km h das geht eigentlich recht flott das geht eigentlich tierisch ab da das teil hätte ich jetzt nicht gedacht und da kommen schon die ersten ballen eigentlich raus ich versuche da mal auf die spur zu bleiben jawohl dann sieht das eigentlich so aus also das ding kennen wir eigentlich da kann ich jetzt natürlich auch kein helfer einschmer einstellen das muss ich selber machen so beleuchtungstechnisch was sieht es eigentlich so aus dass er mal ein richtiges rundum licht so und da kommen sie eigentlich raus gedrückt die ballen da ist schon der nächste cool jetzt hätte ich gerne die andere noch getestet aber dafür brauchen wir erst eine wiese und müssen dafür mähen gehen da wo wir die ballen natürlich einwickeln können so ok und ich glaube die anderen maschinen testen wir dann beim nächsten mal ich hoffe es hat euch schon ein wenig gefallen kuhn dlc ballenpresse und band schwader danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal